Die Erzählung vom reichen Land ist ein Lügenmärchen. In Deutschland ist nur der Fiskusreich und diese Leute dort und macht die arbeitende Bevölkerung arm. Darum geht es doch hier. Die Inflation lässt Realeinkommen, Ersparnisse und Renten dahinschmelzen. Was die Leute sich ein Leben lang hart erarbeitet haben, ist bei diesen Inflationsraten nach drei bis vier Jahren nur noch die Hälfte wert. Und lassen Sie mal weitere Jahre ins Land ziehen, was da passiert. Aber Sie denken gar nicht daran, die Gier der Steuerstaates zu zügeln. Die Gier der Steuerstaates zu zügeln. Uh, that's a bingo.